Die Fashion Week zeigt sich mit der Bright Trade Show von ihrer lässigen Seite. Drei Tage lang konnten sich die Besucher auf der Modemesse für Streetwear und Bordsport austoben. Wunderschön. Lecker. Stylisch. Bright Trade Show ist fucking awesome. Die Location Alte Münze passt perfekt zum Skatestyle. Da, wo früher Münzgeld geprägt wurde, werden nun die neuesten Trends der Urban Designer präsentiert. Die Bright ist eine Skate- und Streetwear-Messe, gestartet in Frankfurt in 2005. Wir sind umgezogen 2010 nach Berlin und seit 2013 hier in Mitte in der alten Münze. Labels, Einkäufer und Street-Ikonen aus aller Welt machen sich einen Eindruck von den neuesten Entwürfen der internationalen Marken der sogenannten Brands. High Heels und Haute Couture sucht man auf der Bright allerdings vergebens. Auf der Modemesse dreht sich alles um Sneakers, Shirts und Skateboards. Wenn du dich hier umschaust, ist es alles recht familiär. Die ganze Szene kennt sich untereinander europaweit. Und die nimmt das wahr, sich hier zu treffen, zweimal im Jahr und Business zu machen, auszutauschen, gucken, wo die neuen Trends hingehen. Für die Veranstalter war die Bright auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Mit der Mercedes-Benz Fashion Week und der Bread-and-Butter-Messe hat die Hauptstadt wieder einmal mehr bewiesen, dass sie eine der Modemetropolen schlechthin ist. Egal ob glamourös in High Fashion oder lockerlässig in Shirts.